Und weiter geht es mit den Vätern des Erbevolkes. Zwei Elitehengste neu in diesem Jahr. Zunächst, Oma, 14-jährig vom Elitehengste-Wohnstein-Odeck, und der Struktur des Hausskolani, Friedrich Hannim, der Teil des Wüter, Rainer Kasch aus Eis und Gesitze, und dann billiger Sparfe in dem hier, ins Land. Ja, der Rappau-Bar wurde hier im Weltkauf-Projektur und hier stationiert ist bei Rainer Kasch. Ein Tollm, der seinerzeit schon als junger Hengst auf sich aufmerksam gemacht hat und immer wieder mit tollen, bewegungsstarken, typstarken Stufen auf sich aufmerksam macht. Er hat zwischen drei gekürtete Söhne. In diesem Jahr hat er mit Intasio einen dritten gekürteten Sohn im aktuellen Törnod, aber er ist auch Vater der Indien-Schwien, die selbeste Bersurspeute für Kasse S erfolgreich ist. Und die Qualität seiner Töchter, die brachte ihm letztendlich auch hinsichtlich der Zückwärtsschätzung der Ex-Würmerkmale mit 134 Punkten die sichere Anforderung in Kombination mit seiner Eigenleistung, mit seinen Erfolgen bis zur Klausurklasse fest. Ein Hex, der schon längst kein Geheimtipp mehr ist, sondern der durch eine besonders vielleichtmäßige Vererbung, die man wieder auf sich aufmerksam macht. Darüber hinaus die Kinder erfolgen bei dem Sport. Auch bei der Entzugwärtsschätzung liegt der Medaillen-Index von 131 sicher im Anforderungsprofil des Elite-Titels. Und so war es denn eine ganz klare Entscheidung des Zückwärtsschutzes, diesen Hingst in diesem Jahr auszuzeichnen mit dem Elite-Titel 2015 Oberhof von Bonenstein. Inga Sparsa hat ihn nach einer längeren Auszeit, wie er sich in den Sport zurückgebraten hat. Und das ist der Applaus für die Medizin Oberarmer. Und das ist der Applaus für die Medizin Oberarmer. Und das ist der Applaus für die Medizin Oberarmer.